Kim ist eine junge Frau, die, glaube ich, ein großes Ideal hat, wie die Welt sein soll. Und dass sie nicht in ihrem Leben, wo sie geboren wurde, die Sinn erfahren konnte. Und dann ist sie angefangen, das irgendwo anders zu suchen. Und man kann das auf viele Weise machen, aber es kann man auch machen, so richtig, so sehr konkret, anderen zu helfen. Und dann Sinn von deinem eigenen Dasein zu erfahren, sozusagen. Und sie ist bewusst, dass es nicht eine richtige Antwort gibt zu manchen Fragen oder zu manchen Sachen, die man, zu manchen Problemen im Leben. Und es gibt so immer diese Art Unsicherheit und sie versucht nur, damit zu dealen. Aber für mich ist es wichtig, dass das so immer in einer Art da ist. Also die Unsicherheit und auch die Kraft anzupacken, sozusagen.